So wie jener altgewordene Prediger aus dem Raum Chicago, mit dem ich schließe. Der saß eines Tages in diesem Vortrag, den die Theologische Universität von Chicago einmal im Jahr für die Studenten und Freunde der Universität Chicago durchführte. Und sie hatten diesmal den international berühmten Professor Paul Tillich eingeladen. Und Paul Tillich gab sich dort als ein Mann der Bibel zu erkennen. Er sprach fast zwei Stunden über das Thema Auferstehung von mehr als tausend Zuhörern. Und Tillich vertrat mit viel Aufwand die Behauptung, die man bei Worthaus teilweise ganz ähnlich hören und lesen kann. Die Auferstehung Jesu könne nicht unbedingt als ein historisches Ereignis gelten. Sie habe niemals im normalen Sinne stattgefunden. Und man dürfe die Evangelie nicht als historisch zuverlässige Berichte über ein echtes Ereignis verstehen. Und nach dem Vortrag gab es dann die Möglichkeit Rückfragen zu stellen. 30 Sekunden Stille. Dann erhob unser älterer Prediger mit schlohweißem Haar und dunkler Hautfarbe sich und die anderen Zuhörer blickten erstaunt auf. Was wird der jetzt sagen? Der ältere Mann griff in seine Picknicktasche und holte einen Apfel heraus. Er biss einmal kräftig hinein und sagt, Herr Professor Tillich, wieder ein bisschen, ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe nicht so viele Bücher wie Sie gelesen. Ich kann das Griechische leider nicht so flüssig übersetzen wie Sie, wieder ein bisschen vom Apfel. Ich kenne mich auch nicht so gut in der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts aus mit Heidegger und Nibur, wieder ein bisschen, bis der Apfel aufgegessen war. Alles, was ich von Ihnen wissen möchte, Herr Professor Tillich, ist folgendes. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, bitter oder süß? Und Tillich stockt da einen Moment und erwidert dann sehr korrekt, diese Frage, Sir, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Darauf antwortet der weißhaarige Prediger mit ruhiger, mit fast trauriger Stimme. Und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Ganz sicher stand er da und es wird berichtet, es habe eine lähmende Stille gegeben und dann sei lauter Beifall aufgebrannt. Und Professor Tillich soll nur noch ein kurzes Dankeschön gemobelt haben und den Hörsaal dann eiligst verlassen haben. Genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, du kennst meinen Jesus nicht, denn würdest du ihn kennen, könntest niemals behaupten, dass er nicht auferstanden ist. Du würdest ihn lieben und du würdest seinem Wort glauben. Joom. Joom. Vielen Dank.